Benelene Burke wurde im November 1995 auf den Philippinen geboren. Im Jahr 2015 lernte sie den fast 40 Jahre älteren Vermieter Lexneken Burke aus England auf einer Dating-Webseite kennen. Die beiden heirateten im Juli 2018 auf Samar, Philippinen, und im darauffolgenden Monat wurde ihre Tochter Jelika geboren. Im Jahr 2019 zog das Paar schließlich zusammen nach England. Leider ging die Ehe innerhalb weniger Monate in die Brüche und Benelene blieb alleinerziehend. Im Anschluss an ihre Scheidung zog die inzwischen 25-jährige Benelene im November 2020 mit ihrer Tochter aus dem Haus aus, das sie mit ihrem Mann geteilt hatte, nachdem sie ihn der häuslichen Übergriffe beschuldigt hatte. Die junge Mutter und ihre Tochter zogen dann in eine Wohnung in Bristol. Benelene wollte ihrer Kleintochter Jelika ein Gefühl der Stabilität vermitteln und war daher auf der Suche nach einem neuen Partner. Sie war auf vielen Partnervermittlungsseiten aktiv gewesen und auf einer dieser Seiten war sie auf einen 50-jährigen Mann namens Andrew Innes gestoßen. Benelene war sehr eng mit ihrer Schwester Sheila befreundet und sie telefonierten oft per Videotelefonie. Die Schwestern waren seit 18 Monaten getrennt, seit Benelene nach England gezogen war, aber sie standen sich nah und sprachen jeden Tag miteinander, trotz der 8 Stunden Zeitunterschied. Sie vertraute sich ihrer Schwester an und erzählte ihr alles, was es Neues in ihrem Leben gab, einschließlich ihres Freundes, mit dem sie seit ein paar Wochen Kontakt hatte. Am Donnerstag, dem 18. Februar 2021, führte Sheila ein Videochat mit ihrer Schwester Benelene, aber dieses Mal war es anders. Statt bequem von zu Hause aus zu chatten, war Benelene zusammen mit ihrer zweijährigen Tochter Jelika als Beifahrerin in einem Auto auf dem Weg nach Schottland. Der Mann, mit dem sie unterwegs war, war kein anderer als Andrew Innes, der Mann, mit dem sie über die Dating-Webseite gesprochen hatte. Er wollte die junge Mutter über das Wochenende zu einem Haus in Dundee bringen, eine 440 Meilen lange Fahrt. Benelene erzählte Sheila, dass Andrew sehr freundlich und fürsorglich wirkte. Später sagte Sheila, dass Benelene einfach nur Mitleid mit dem Mann hatte, nachdem er die lange Reise in den Süden angetreten hatte und neugierig auf Schottland war. Während ihres Videochats im Auto fragte Sheila ihre Schwester, ob sie den Fremden mal sehen könne. Benelene drehte die Kamera auf einen großen, dünnen und kahlköpfigen Mann und Sheila begrüßte den Mann mit den Worten, Hallo Sir. Andrew begann auch mit Sheila zu plaudern und die beiden tauschten auch ein paar Witze aus. Was Benelene und ihre Schwester jedoch nicht wussten war, dass Andrew die junge Frau absichtlich ausgewählt und manipuliert hatte. Der im Juni 1970 geborene Andrew hatte die Alwa Akademie besucht und anschließend an der Universität studiert, bevor er für mehrere Firmen in Dundee im Bereich Computerspiele arbeitete. Er erzählte Sheila, dass er mit seiner japanischen Frau und den gemeinsamen Kindern auch in Japan gelebt habe, aber ihre Ehe zerbrach und er wurde im Jahr 2019 zurück nach England ausgewiesen. Und seitdem hatte sich Andrew auf 34 Datingseiten angemeldet, um Gesellschaft zu suchen. Später fand die Polizei jedoch heraus, dass Andrew eine Tabelle mit Daten aus den Websites zusammengestellt hatte. Er bewertete die Frauen nach Alter, Größe, Gewicht und danach, ob sie Kinder hatten. Seine Top-Punktzahl waren Frauen Mitte bis Ende 20 mit kleinen Kindern. So lernte er auch Benelene kennen. Drei Tage bevor sie sich persönlich kennenlernten, suchte Andrew im Internet unter anderem nach Wozu wird Chloroform verwendet? Und Unterflurlagerung. Während ihrer ersten Gespräche hatte Andrew Benelin gebeten, für ihn in Dundee als Community Relations Manager für etwa 1000 Pfund im Monat zu arbeiten. Aber sie lehnte ab und sagte, sie könnte die Arbeit von Bristol auserledigen. Andrew hatte Benelin auch um intime Fotos gebeten, was sie ebenfalls ablehnte. Trotzdem willigte sie ein, sich mit ihm zu treffen. Nach ihrer Ankunft in Dundee verbrachten sie den Tag mit Sightseeing und besuchten Sehenswürdigkeiten wie ein Museum und den Camperdown-Park. Es ist wichtig zu erwähnen, dass sie keine Taschen für die Nacht gepackt hatten und auch nicht vorhatten, lange in Dundee zu bleiben. Am nächsten Tag machte sich Sheila Sorgen, weil ihre Schwester nicht auf ihre Nachrichten antwortete. Erst am folgenden Montag erhielt sie eine SMS. Aber sie war nicht von ihrer Schwester. Die SMS war von Andrew. Er teilte ihr mit, dass Benelin und ihre Tochter Jellica in Glasgow bei einem anderen Mann waren, den sie online kennengelernt hatten. Einem Lehrer. Er behauptete, Benelin wolle sich bei ihm verstecken, weil Jellicas Vater das Sorgericht für seine Tochter haben wolle und Benelin auf den Philippinen abgeschoben werden solle. Er erklärte, dass Benelin in Glasgow in Sicherheit sei und dass er ihr gesagt habe, sie solle ihr Mobiltelefon loswerden, wenn sie sich vor den Behörden verstecken wolle. Als Sheila darum bat, mit ihrer Schwester zu sprechen, antwortete Andrew nur, ich gehe davon aus, dass sie sich bei dir meldet, sobald sie sich eingelebt hat. Sheila sagte, sie könne Benelin über den Messenger nicht erreichen und fragte, Sir, können Sie mir sagen, dass meine Schwester am Leben ist? Er versicherte ihr, dass Schottland ein sicheres Land sei und dass er sicher sei, dass es Benelin gut gehen würde. Vier Tage später nahm Sheila erneut Kontakt zu Andrew auf. Diesmal teilte er Sheila mit, dass der andere Herr in Glasgow ihm mitgeteilt habe, dass Benelin und Jellica sich sehr gut in ihrer neuen Routine eingelebt hätten. Er fügte noch hinzu, sie ist glücklich, jemanden Nöttes gefunden zu haben und verzweifelt erleichtert, dass man ihr das Baby nicht wegnehmen wird. Andrew traite Sheila mit, dass er einen Schlussstrich unter die Sache ziehen und sein eigenes Leben leben müsse. Er sagte dann noch, dass er alles von seinem Telefon und Computer löschen würde, nicht nur, um sich selbst zu schützen, sondern auch, um sie zu schützen, damit die Polizei sie nicht finden kann, wenn sie sein Haus durchsuchen würden. Sheila bat Andrew, ein Video von Benelin aufzunehmen, doch stattdessen schickte er ein altes Video von ihr. Am 1. März, zwei Wochen nachdem sie ihr Haus in Kingswood verlassen hatte, wurden Benelin und Jellica als vermisst gemeldet, als sie einen Termin verpassten. Zwei Tage später leitete die Polizei eine Suchaktion ein und erklärte, sie mache sich zunehmend Sorgen. Sheila beschrieb später in einem Fernsehinterview eine düstere Vorahnung, die ihr Bruder gehabt hatte. Sie sagte folgendes, Unser älterer Bruder hatte einen Traum. Er sah sich Fotos von Benelin und Jellica an. Er sah einige Gesichter deutlich, aber andere waren verschwommen. Da haben wir gemerkt, dass etwas nicht stimmt. Nachdem die Polizei von Evan und Somerset Kontakt aufgenommen hatte, trafen Beamte aus Dundee am Freitag, dem 5. März um 15.20 Uhr bei Andrews Haus in der Troon Avenue ein. Andrew bestätigte der Polizei, dass er Benelin und Jellica nach Dundee gebracht hatte, behauptete aber, sie seien jetzt in Glasgow. Er verweigerte dem Beamten den Zutritt zu seinem Haus mit der Begründung, dass sie sich selbst isoliere und dass seine Tochter gerade aus dem Bad gekommen sei. Die Beamten sahen das Mädchen, das vollständig bekleidet war, im Haus und bestanden darauf, dass sie hineingelassen werden. Als sie das Haus betraten, bot sich ihnen ein Bild völliger Unordnung. Die Küchenmöbel wurden entfernt, es gab keinen Herd und auf der Treppe standen Töpfe und Pfannen. Sie stellten fest, dass in Andrews Küche neue Fliesen verlegt wurden. Das junge Mädchen in der Wohnung wurde von einem der Beamten zur Seite genommen. Und dann gestand sie, dass sie nicht Andrews Tochter sei. Andrew hatte sie in seinem Haus festgehalten und sie eine Reihe von Schändungen und Übergriffen ausgesetzt. Die Beamten fragten Andrew dann erneut, wo Benelyn sei, und er antwortete ruhig, dass er sie ums Leben gebracht hat. Sie liegen unter dem Boden. Sie haben gestritten und er hat sie ums Leben gebracht. Er sagte den Beamten, dass die beiden Körper drei oder vier Fuß tief in der Küche unter einer großen Menge Beton seien. Nach zwei Wochen mühsamer Arbeit wurde die traurige Entdeckung von zwei Körpern in Schutzsäcken unter dem Küchenboden gemacht. Sheila erhielt den Anruf, den sie schon befürchtet hatte. Auf Benelyn wurde mit einem Hammer eingewirkt, bevor dann mit einem Samurai-Schwert auf sie eingewirkt wurde. Die zweijährige Jellika hingegen wurde zwei oder drei Tage lang am Leben gehalten und geschändet, bevor er sie ums Leben gebracht hat. Ihr Körper wurde später zudem ihrer Mutter gelegt. Es wurde auf ihr Hals eingewirkt, bis sie schließlich daran verstarb. Andrew Innes wurde verhaftet. Er soll kalt und gefühllos gewillsen sein und keine Reue gezeigt haben. Seine Begründung für die Tat an Benelyn war, dass sie ihn an zwei Frauen erinnert habe, die ihn betrogen hätten. Diese Frauen hatten einfach die Beziehung zu ihm beendet oder ihr Aussehen in einer Weise verändert, die ihm nicht gefiel. Fast zwei Jahre nach der Tat stand Andrew vor Gericht. Benelyns Familie reiste extra aus ihrer Heimat auf den Philippinen an, um dem Prozess beizuwohnen. Am dritten Tag trat Andrew in den Zeugenstand. Seine Aussage reichte von einer weitschweifenden Rede über Drachen bis hin zu tränenreichen selbstmitleidigen Ausbrüchen und anschaulichen Beschreibungen seiner schrecklichen Verbrechen. Er behauptete, wenn Benelyn in seiner Küche war und kochte, habe er gedacht, sie sehe aus wie ein Hybrid aus seiner empfremdeten Frau und einer anderen ehemaligen Partnerin. Er dachte an all die schlimmen Dinge, die seine Frau angeblich getan hatte und sagte, die andere Frau habe ihn auf schreckliche Weise verlassen. Die Geschworenen brauchten nicht lange, um ihn schuldig zu sprechen. An einer Stelle erklärte er beiläufig, dass das zweite Mädchen im Haus möglicherweise auch ums Leben gekommen wäre, wenn die Polizei nur 24 Stunden später eingetroffen wäre. Auf Videoaufnahmen Frau Andrew auch dabei zu sehen, wie er am Tag der Tat einen Hammer kaufte. Bei der Verurteilung von Andrew erklärte der Richter die Anklage, gehöre zu den schlimmsten Verbrechen, die je vor den Gerichtshof kamen. Außerdem fügte er hinzu, dass das junge Opfer, das in seiner Wohnung gefunden wurde, nun kein Vertrauen mehr in Männer hat, Angst hat und immer nach einem Rettungsweg sucht, egal wo sie sich gerade befindet. Andrew wurde zu einer Mindeststrafe von 36 Jahren verurteilt, bevor er für eine Bewährung in Frage kommen könnte. Benelins Familie möchte, dass sie als gute und fürsorgliche Mutter in Erinnerung bleibt, die nach Großbritannien kam, um das Beste für ihre Familie zu suchen. Sie sagten, dass sie für immer von dem Schrecken verfolgt werde. Zwei Wochen nach der Entdeckung ihrer Körper hatte sich eine Gruppe von Freunden von Benelinn und Jellica im Brandon Hill Park in Bristol versammelt, um ihre eigene Ehrung vorzunehmen. Sie trafen sich auf der Wiese, wo sie einst gemeinsam gepiknickt hatten. Kerzen und Blumen wurden auf einer roten Decke auf dem Boden abgelegt, zusammen mit Bildern, einem Teddybär und Plakate. Weiße Luftballons, die an einem nahegelegenen Baum befestigt waren, trugen die Aufschrift, du wirst geliebt, du wirst vermisst, man wird sich an dich erinnern. Ja, du wirst geliebt. Geh, die an sich auf dem Boden ruhen, Aber da ist mouvest du, Untertitelung des ZDF, 2020